Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Land of the Vikings. Und natürlich wie immer ein, also eigentlich geht das immer raus, auch wenn ich es nicht immer sage, aber natürlich einen ganz großen Dank an die, die das letzte Video bewertet haben. Ja, und natürlich auch einen großen Dank an all die fleißigen Kommentarschreiber. So, ja, in der letzten Folge haben wir schmachvoll, haben wir gegen eine sehr arme Stadt, haben wir sehr krass verloren. So, jetzt sind wir hier am Rum. So, wie sieht es hier aus? Wir haben 106 von denen. Alter. Ja, da. Wir haben genug Geld, wir können uns, wir können uns das nicht reißen, wenn wir da, wenn da auf einmal Leute böse auf uns sind. Das wollen wir nicht. Wir wollen gut und nett sein. So, da ist alles erfroren, was irgendwie da war. Wie sieht es aus mit den Ressourcen? Wir haben... Wir haben... Wir haben... Okay, das sind... Das ist nur die Gerste. Ja, wir haben fast 2000 Weizen. Das ist mal... Wow. Würde ich sagen... Okay, und ich würde sagen, wir werden anfangen, hier rüber... Hier rüber weitere... Tier-Dinger zu machen. Dann können wir vielleicht auch... Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Da sind nur 14 Tiere drin. Da sind 20 Tiere drin, aber irgendwie... Keine Ahnung. 4, 13, 19, 13, 11, 12, 6. Okay, das ist... Ja... Das ist ja grandios, ne? Das ist absolut grandios. So, okay. Ich würde sagen, da hinten ist wahrscheinlich unsere Miene fertig. Nein, da hinten fehlt es einem an... Einem Carpenterus. Einem... Ja. So, irgendwas bitte näher dran. Näher. Einfach viel näher. Hallo? Okay, so. Yeah. Okay, wir nehmen... 300 Meter ist das nächste, was wir hinbekommen. Ja, ja, ja. So, was ist hier? Okay, Winter ist coming in 17 Stunden. Hervorragend. Da freut sich der George. So. Und... Ja. Weiß nicht, Kinders. Ich weiß nicht, ne? Also irgendwie... Irgendwie... würde ich sagen... Hauen wir uns hier mal ordentlich... Da waren ja mal Felder. Da sind jetzt keine Felder mehr. Komm, bauen wir da trotzdem die Bäume weg. Ei, 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 ei. Wenn ich übrigens ein bisschen komisch klinge... Ja, ich bin krank. Es tut mir leid. So klinge ich nun mal, wenn ich erkältet bin. Ich finde es auch nicht hübsch. Ja, ich finde es auch nicht schön, aber hey. Deswegen immer wieder mal kurze Stille, weil... Husten oder Niesen oder... Ja, wenn mal länger Stille ist, schnäuzen. Muss ja auch alles passieren. Sonst klinge ich irgendwann so, das weiß ich ja auch nicht. Ja, das... Vor allem möchte ich das nicht. So. Ich weiß, ich fahre hier gerade unglaublich viel in der Gegend rum, aber... Ja, was will ich tun? So, wir müssen... Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir bauen jetzt einfach eine zweite Karte. Ja, einfach... Einfach, weil wir es können. Einfach nur, weil wir es können. So, ein Tag, fünf Stunden, dann kommen neue Leute. In vier Stunden fängt der Winter an und in sechs Stunden ist ein Merchantschiff da. Ein Händlerschiff. So, hervorragend. So möchten wir das. Dann gehen wir mal hier runter. Und dann bauen wir weitere Häuser. Und ja, uns ist jetzt egal, ob die das hinkriegen oder nicht. Aber wir probieren es. So, bitte einmal in die Ukulein und die Guttrie. Okay. Ist es bitte möglich, hier diese Trees zu... ...beseitigen? Das wäre sehr schön. So, dieses Building Storage Pool. Kommt denn keiner an diese Ranch da oben ran? So, du bist... ...mit was verbunden? Mit den Minen, ne? Du bist hier mit allem verbunden. Könnte man da bitte noch einen zweiten reinsetzen? Der arme Kerl, wir willen der das machen. So. Und dann würde ich... Ah, hier schau mal. Da ist noch eine Ranch hier nicht aufnimmt. Und hier. Und hier. Und den Tailor nimmst du auch nicht auf. Hier ist auch noch eine. Wieso hat... So, der nimmt wieder hinten auf. Okay. Dann hier hin, hier hin, hier hin. Und hier hin. Und ich sehe schon, die großen Zeiten sind vorbei, ne? Irgendwie. Der nimmt auch nur einen... Nein, jetzt nimmt der gar keinen Tailor mehr auf. So. Wie sieht es eigentlich hier? Sieht granios aus, ne? Passiert gar nichts. Irgendwie passiert da gar nicht. Vielleicht sollten wir davon noch ein paar, ne? So, hier Food. Und dann, wo sind sie denn? Hier, Coop. So. Drehe er. Drehe er wie der Wind. Vielleicht. So. Und dann direkt nochmal ein. Food, Coop. Drehen. So sieht. So hätte gut ausgesehen. So. So sieht in Ordnung aus. Können wir da oben noch einen rein? Das wäre jetzt... Das wäre ja jetzt... Oh. So seht. So seht. So seht, wie es da nicht mehr reinpasst. Fies, ey. Fies, böse und gemein. So. So. Äh. Verleidigen mit der Tee? Hör auf. Hier, ne? So ein ganz kleines Bäumchen. Ist da einfach im Weg. Eis, Halt, ohne, ne? Hier. Drehe er. Und... Ander. Vielleicht kriegen wir dann wenigstens wieder den Fallstein. Das wäre ja auch schon mal was. Jetzt trägt uns der gleich, ob wir die Leute aufnehmen wollen. Können wir da bitte mal geistes Bilder reinkratzen? Danke. Ja, ja. Die können schon. Alles kein Thema. Was ist hier? No firewood for the house. Ja, ich weiß. Oh, hier. Bitte. Hau den da mal rein. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Waren schnell die Bäume, ne? Ja. 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 Achso. Die Schiffe kommen dann ohne Mannschaft zurück. Da kommen sie. Zwei Schiffe ineinander. Das nenne ich Formation. Scheat, 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 ne? So, wir müssen... So, wir müssen hier zur... Wartet mal. Lasst uns mal... Lasst uns mal kurz was gucken. So. Und zwar hier. Das ist der, der die Mieden abdeckt, ne? Richtig. Das bedeutet, wir müssten eigentlich... Wir haben hier ja nur einen, oder? Wie viele haben wir von... Wie viele Schmieden haben wir? Wir haben doch nur eine Schmiede, oder? Wir haben nur eine Schmiede. Ich würde sagen, wir gehen mit unseren Schmieden... Wir werden zwei bauen. Wir werden zwei bauen. Und zwar werden wir die hier oben hinbauen. So, wir werden hier einmal Weg... Von hier aus... Gucken wir mal, ob das geht. Hier. Okay, das geht also nicht. Schade. Äh... 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 Okay. Das ist ja lustig. So. Und dann hier hoch. Hier hoch. Jawohl. Und dann lass los. Und dann hierhin... Produktion Blackness... Drehen. Hier so nah da ran, wie es irgend geht. Äh... 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 Mach nur da hin... Und dann nochmal Produktion Blackness... Drehe er sich... So. Das sieht ganz gut aus. Das hätte ich gerne. Sehr schön. Geht das eigentlich auf der Seite wieder runter? Oh, das würde auf der Seite auch wieder runter gehen. Das ist ja gut. Hier hinten geht's auch hier rum. Und das würde dann auch hierher gehen, ne? Oh, 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 oh. Ich glaube... Kinders, ich glaube, da müssen wir... Da müssen wir Abkürzungen schaffen. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke schon. So, hier rum... Äh, nochmal... Okay. So, so. So, und... Hier. Ja, vorragend. Und dann hier... Ansetzend. Ja, komm, ey. Mach jetzt so. 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 Und so. Und dann lasst los. Und dann hierher. Und dann hier. Hier. Und... Äh. Hier. Das sieht an sich ganz cool aus. Kann man machen. Mir gefallen solche Straßenverbindungen. Finde die sehr schön. Was ich immer wieder sehr schade finde, muss ich übrigens auch sagen, ist... Ähm... Wenn Wege nicht selber. Ich fand, das war eins der... Größten Dinge, die Siedler zum Beispiel hatte. Ja. Zumindestens die, als das noch passiert ist. Oder Foundation. Tatsächlich großartig. Schlichtweg. Und alleine. Einfach. Weil... Dann haben wir zwei Beine. Und wir brauchen... Ja, das sind alles tote Felder. Verstanden. Alles tote Felder. Wir brauchen eher Leute. Wir brauchen eher... Ja. Schwierig. Äh. Okay. Okay. Ich hab gerade, glaube ich, herausgefunden, warum... Yo. Okay. 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 Micromanagement läuft. Hier. 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 Einfach nur, damit es da steht. Einfach nur, weil es cool aussieht. So. Da werden 32 Wetter gebraucht. Dafür werden wieder Stämme gebraucht. Dafür werden wieder Bäume gebraucht. Aber Bäume sind zumindestens hier gerade klar. Keine Bäume. Hier braucht hier wieder jemand mit Hirn. Du hast Hirn. Und du hast Glück. Das ist Brombe. Dann hier hin. Dann hier. Alles weg. Und jetzt kommen wir langsam in so einen Bereich. So. Hier lang. Hier rüber. Hier lang. Okay. Jetzt kommen wir langsam in einen Bereich. So. Hier hin. Da. Hier gerne. Hey. Schau mal. Glück und Hirn. Hey. Schau mal. Glück und Hirn. Okay. Und hier unten. Schau mal. Schau mal. Da ist gar keiner mehr drin. Hirn. Hirn gibt's. Glück gibt's nicht. Hier. Okay. Und. Eins ist okay. Dann ist er wenigstens kein ganzer Depp. So. Und wir müssen natürlich gucken, dass da hinten die Mine fertig wird. Warum müssen wir gucken, dass da hinten die Mine fertig wird? Einzig und allein deshalb, dass da Leute einziehen können und wir dann mehr Kohle bekommen. Denn es kann auch mit Kohle geheizt werden. Wenn ich das richtig kapiert habe. Habe ich das richtig kapiert? Ich habe das glaube ich nicht richtig kapiert, oder? Nein. Okay. Da kann mit Feuerholz geheizt werden. Und da kann auch nur mit Feuerholz geheizt werden. Okay. Ich habe das falsch verstanden. Ich dachte, mit Kohle kann auch geheizt werden. Okay. Heating Iron Furnace. Ja, okay. Gut. Dann habe ich mich da. Dann habe ich mich da natürlich vollkommen vertan. Dann geh verdammt nochmal Bäume fällen. Hier. 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 Hm. Und ja, da oben kommt keiner drauf. Aber hier, hier und hier. Hier, hier und hier. Und hier. Hier hinten auch noch schön. Da lang. Jawohl. Hier. Die beiden. Wir haben mehr über Northumbria gelernt. Okay. Sehr schön. So, so. So, so, so. Hier natürlich auch noch. Sehr schön. Ja. Wie gesagt, wir sind eine sehr, sehr holzhungrige Zivilisation. Okay. Alles weg. Weg mit den Bäumen da oben. Ja, die sehen nur hübsch aus. Die brauchen wir nicht. Doch. Und da sind sie weg. Also weg sind sie noch nicht, aber angeschmiert sind sie schon mal. Und dann. Okay. Ja, dieses Storage-Gebäude ist voll. Und zwar nur mit hier. So, hier. Okay. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir hier. Dekoration. Ingristorage. Okay. Äh. Babababababa. So, wenn mir das jetzt hier so hinfällt. Ja, da. Da. Da geht noch. So, so, so. Ich weiß, das ist nicht hübsch. Das muss jetzt nicht hübsch sein. Das muss jetzt nicht hübsch sein. Das muss jetzt nur funktionieren. Okay. 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 Okay, passt. Ja, vorrangig. So gefällt mir das. So, Top-Liste. Noch mal drei Bauarbeiter rein, bitte. Boah. Bei den Farmern sind jetzt viele gestorben. Hä? Das waren 80 Farmer. So, wir nehmen mal 70. Okay. So, hier rüber, hier runter, hier durch. Hier durch. Jetzt fehlt uns natürlich. Hier einer. Lucky muss er sein. Lucky ist er. So. Haben wir. Da ist der nächste. Lucky, lucky, wo bist du? Da ist der lucky, lucky. Haben wir. Und weiter geht's. Zack. Hängt Puff drauf. Rüber. Okay. Sehr schön. Okay, hier hinten läuft auch einigermaßen. Hier fehlt schon wieder einer. Powerful Burger. Jetzt hier irgendwo ein Seher. Ah, okay. Cool, ja. Hier. Hallo? Nah dran muss er sein. Der ist okay. Der ist absolut in Ordnung. So, da sind noch ein paar Häuser, die gebaut werden müssen. Hier rum. Hier rüber. Da. Okay. Ja. Hier. Ja, kann nicht geheizt werden. Ist okay. Wir können mal. Es hilft zwar nichts, aber bauen können wir es trotzdem mal. Produktion. Ja. Den Woodshed. Wir können den trotzdem mal versuchen, hier irgendwo hinzubasteln. Wird wahrscheinlich nicht gehen, oder? Hier. Underground to Bumpy. Dies Underground ist zu Bumpy. Das ist nichts gut. So. Aber wir können. Aber ist da nicht gleich einer? Ich dachte, hier wäre irgendwo da oben ist einer. Ja, dann können wir den da schon hin. Dann können wir schon versuchen, den da so hinzuzimmern. So ein bisschen näher vielleicht. Zack. Ich baue den da mal rein. Ich baue den da mal rein. Können wir an diesen? Können wir nicht. Die sind einfach nur da. Wer ist der next lucky one? Du war der next lucky one. Viel Spaß. Hau rein. Sehr schön. Sehr schön. Ach, das ist gut. Hier haben wir noch unsere Mühlen. In der Hoffnung, dass die jetzt dann irgendwann mal fertig werden. Wahrscheinlich aber eher nicht. So. Dann hier rüber bitte. Denn das ist natürlich auch nicht fertig. Hier brauchen wir Hirn. Ich nehme da. Und wir brauchen noch mal Hirn. Da nehmen wir dich. Einfach, weil du schön nah dran wohnst. So. Schick. Dann müssen wir gucken, dass wir hier natürlich. Hier. Ach so, ist ja noch gar nicht. Mein Gott, der Kerl. Der Kerl. Der macht Sachen. So. Hier rum. Hier hoch. Hier rüber. Hier runter. Hier rein. Und dann hätten wir gerne. Erstmal den hier weg. Und dann hier hin. Auf die Dekoration. Und wir brauchen. Licht. Einfach mehr. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum wir ständig BSE haben hier im Dorf. Ich habe keinen Plastenschimmer. So. Okay. Okay. Ja. Nein. Nee. Du. Du. Äh. Okay. Du. Und. So. So, da haben wir eine Frau und drei Typen und da haben wir einen Typen und drei Frauen. Das ist auch schlimm. Das läuft, das kann man machen. So. Wie sieht's denn weiter aus? Hier hinten fehlt natürlich auch wieder jemand. Ganz klar. Warum sollte da auch jemand sein? So. Wir brauchen dich und wird traurig. Nicht? Hervorragend, so kann man das machen. Da sind die Leute traurig. Da oben sind die Lager schon wieder voll. Ah, nee, da ist kein Lager voll. Da fehlt's einfach, dass die Häuser geheizt werden können. Aber hier. Da geht's doch bitte schön gleich wieder Holzbällen. Geht doch bitte gleich wieder Holzbällen. Dann gehen wir mal hier rüber. Dann gehen wir hier hoch. Dann schnappen wir uns das. Geht das? Das geht nicht. Das geht auch nicht, denn da sind Bäume im Weg. Weg mit den Bäumen. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Hier. Und dann hier. Rüber. Dahin. Sehr schön. Dann gehen da genommen. Produktion. Wo ist dieser Schuppen? Da ist dieser Schuppen. Dann diesen Schuppen bitte einmal gedreht. und hier ran. Und hier ran. Und dann gehofft, dass da auch was passiert. Ah, sehe jetzt. Da ist auch wieder ein Carpentarus, der natürlich nicht besetzt ist. Bitte hau rein. Bitte hau zwei rein. Ja, dann ist einer fähig und einer ausgeschlafen. Das ist schön. So kann man das machen. Hier hinten würde eigentlich theoretisch auch noch einer fehlen. Aber da brauche ich gar nicht nach kräftigen Typen suchen, weil die sitzen alle in der Mine. So da la. Wie sieht es hier aus? Ja, denen geht es auch einigermaßen gut. Da geht auch. Ach, hervorragend. So. Aber, meine Lieben, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Lasst gerne einen Kommentar da. Bis dahin. Und ciao.